PEGGY 7 Einem Freund, um Formen auszuschneiden und mit Snip und Clip Knobelaufgaben zu lösen. Man kann die Papierhelden in verschiedene Formen schneiden und sie so kreativ einsetzen. Aber man muss zusammenarbeiten. Man spielt allein oder zu zweit. Manche Aufgaben kann man auch zu viert lösen. Mit meinem Grips und Katzen Marius, ähm, Kreativität, zeigen wir euch ein paar praktische Tricks. Einige dieser Aufgaben sehen schwierig aus, aber keine Angst, wir haben eine neue Rubrik für euch namens Tolle Tipps für Snipperclips Das ist ja ein Zungenbrecher, Katzen Peach. Nicht schlecht, oder? Katzen Mario, ich hoffe, du willst ein paar Knobelaufgaben lösen. Dieses Glühwürmchen muss irgendwie ans Licht, aber wie? Oh je, wir müssen es irgendwie fangen. Hast du eine Idee, Katzen Peach? Ich hab da einen Snipper-Tipp. Zuerst musst du dich seitlich drehen. Jetzt schneide ich mit meiner runden Seite ein Loch in dich. Wow, seh ich nicht gut aus? So, jetzt machst du das gleiche bei mir. Okay, jetzt wird es schwierig. Einer von uns muss springen und sich drehen, um den Käfer zu fangen. Vorsicht, er entkonnt. Schnell, komm schnell her, um ihn zu fangen. Clever, jetzt müssen wir vorsichtig zusammenlaufen, damit er nicht wegfliegt. Ja, prima. Wieder ein toller Tipp der cleversten Katzen der Stadt. Und, wusstet ihr schon? Man kann die Rätsel auf viele verschiedene Arten lösen. Seid kreativ. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei tolle Tipps für Snipperclips. Weiter geht's. Jetzt ist Yo-Kai-Zeit. Katzen Mario, weißt du, wen ich gerne öfter sehen würde? Mich etwa? Mein guten Yo-Kai-Freund Whisper. Mir fehlen unsere tollen Abenteuer mit den verschiedenen Yo-Kai aus Lenzhausen. Es hat immer so viel Spaß gemacht, die Yo-Kai mit meiner Yo-Kai-Watch zu finden. Das würde ich gerne wieder tun. Hast du es noch nicht gehört, Katzen Peach? Du kannst ein neues Abenteuer erleben in Yo-Kai-Watch 2. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Yo-Kai-Watch 2. Yo-Kai-Watch 2 Knochige Gespenster und Yo-Kai-Watch 2 Kräftige Seelen. Je nachdem, welches Spiel man spielt, gibt es unterschiedliche Yo-Kai, Missionen und Items. Es gibt auch jede Menge neue Yo-Kai, mit denen man sich anfreunden kann. Also, Katzen Mario, erzählst du uns die Geschichte von Yo-Kai-Watch 2, aber bitte ohne Spoiler. Natürlich. Nach den Abenteuern im ersten Yo-Kai-Watch erscheinen mysteriöse Yo-Kai und stehlen deine Erinnerungen. Oh nein. Wie könnte ich je meine Yo-Kai-Freunde vergessen? Wir hatten doch so viel Spaß miteinander. Keine Angst, Katzen Peach. In Yo-Kai-Watch 2 erlebst du ein brandneues Abenteuer und triffst unterwegs viele neue und bereits bekannte Yo-Kai. Sehr gut. Und Whisper und Jibanian sind auch wieder dabei. Die bräuchten auch eine Gedächtnishilfe. Und sieh mal, du bekommst sogar eine ganz neue Yo-Kai-Watch Modell 0. Ist das nicht fantastisch? Oh, die will ich haben. Mit der Yo-Kai-Watch Modell 0 kannst du Endkrafttechniken einsetzen, wenn die Seelenanzeige eines Yo-Kai voll ist und vieles mehr. Mit dem Zug erreicht man ganz neue Orte wie Petzlingen und Stadenstedt. Man kann sogar in der Zeit zurückreisen und sehen, wie Lenzhausen vor 60 Jahren ausgesehen hat. In der Zeitreisen? Vielleicht trifft man sogar Yo-Kai aus der Vergangenheit. Es gibt also viel Neues zu erleben. Wenn drei Freunde ebenfalls Yo-Kai-Watch 2 besitzen, kann man den neuen Yo-Kai-Watch Blasters Mehrspieler-Modus spielen. Nimm das, du Fiesling! Yo-Kai-Watch 2 bietet viel Spaß und ich freue mich drauf. Aber bin ich ein Krafte oder ein Knochel? Egal wie du dich entscheidest, du bist sicher zufrieden. Lenzhausen, wir kommen! Auch in der nächsten Folge werden wir wieder viel Spaß mit Yo-Kai haben. Jetzt geht es aber weiter mit dem nächsten Thema. Und los! Sieh mal, da ist Yoshi! Oh, und der süße Schnuffel gleich noch dazu! Schnuffel und Yoshi kennen sich schon ewig. Und jetzt? Sind sie wieder zusammen unterwegs. In Poochie und Yoshi's Woolly World für Nintendo 3DS. Um das zu feiern, haben wir ein wunderbar wolliges Quiz für euch. Fangen wir gleich an, Katzenpeach. Frage 1. Wie heißen diese maskierten Bösewichte? Heißen sie? 1. Fly Guys 2. Shy Guys 3. Why Guys oder 4. Try Guys Und die Antwort ist... 2. Shy Guys Diese kleinen Typen wollen Schnuffel und Yoshi vom Retten ihrer Freunde abhalten. Aber das lassen sich die beiden nicht bieten. Wusstet ihr schon, dass Yoshi Melonen essen kann, um tolle Kräfte zu erhalten? Aber welche dieser Melonen kommt nicht in Poochie und Yoshis Woolly World vor? Heißen sie? 1. Feuermelone 2. Wassermelone 3. Schokomelone oder 4. Eismelone Und die Antwort ist... 3. Die Schokomelone Vielleicht mag Yoshi keine Schokolade? Wer weiß, Katzen Mario, aber er liebt Melonen. Er kann sie essen, um tolle Kräfte zu erhalten. Und er kann die Samen auf Feinde abschießen. Frage 3. Was kann man tolles Neues in Poochies und Yoshis Woolly World tun? Kann man 1. Yoshi das Tanzen beibringen 2. Neue Muster für Yoshi erstellen 3. Yoshi ein Auto geben oder 4. Yoshi singen lassen Die Antwort ist... 2. Man kann neue Muster für Yoshi erstellen In Poochie und Yoshis Woolly World kann man richtig kreativ werden. Sag Katzen Peach, magst du Nilpferde? Natürlich! Aber was hat das mit unserem Quiz zu tun? Na, hier ist Nilpferd Yoshi Ui, wie süß ist das denn? Man kann sogar mit dem eigenen Muster die Level spielen. Und nun zur letzten Frage In Poochie und Yoshis Woolly World gibt es kleine süße Helfer, die Items finden können und sogar beim Bekämpfen von Gegnern helfen. Wie heißen diese Helfer? Sind es 1. Schnuffelchen 2. Kamekätzchen 3. Mario-Mäuschen oder 4. Luigi-Löwen Und die Antwort ist... 1. Schnuffelchen Diese süßen Frechdachse helfen dir auf deinem Abenteuer Sie finden versteckte Items und schützen Yoshi vor Fieslingen Schnuffel, Yoshi und die Schnuffelchen sind alle dicke Freunde So, damit ist unser Programm für heute leider schon wieder vorbei Bis zum nächsten Mal Tschüss! Ich glaube nicht Ich glaube nicht